Wo guckst du hin? In den Himmel? Guckst du dir den Sternenhimmel an und stellst dir vor, du hättest eine Freundin neben dir und es wäre sehr romantisch und dann wachst du auf vom Traum und dann sitzt neben dir dein Vater Hä? Gibt gar keinen Sinn ey Du suchst einen Freund, okay? Du schreibst dir, du suchst einen Freund Hör bitte auf zu singen dann wird es vielleicht auch was Das ist eine Qualle habe ich gerade aus dem Meer geholt Das ist eine Qualle, ja aber die liegt glaube ich nicht mehr ich glaube die ist tot und es war glibberig irgendwie ich glaube die hol ich mir gleich eine Pfanne oder so Ich steppe hier in die Pfanne Oha scheiße den übelsten Player hast du gerade irgendwie in dem Poker-Tunier gewonnen Wie viel Dollar hast du denn da? Kannst mir ein bisschen Geld abgeben, ich habe es echt echt nötig 400 400 Euro Kannst du mir 300 Euro abgeben? Ich gebe eine Telefonnummer, ich gebe eine Telefonnummer, die gebe ich dir die schreibe ich dir, pass auf ich schreibe dir die Telefonnummer hier Ja? Das ist meine Telefonnummer, ja Ist das deine Nummer? Das ist meine Nummer, kannst du bitte anrufen? Dann kann ich anrufen Ja, dann ruf mal bitte an Ey Digga, lass das sein Das ist die Nummer von der Das ist die Nummer von der Polizei Das war ein Witz Ich wollte dich nur verarschen, glaub ich das schon Ah du, weil ich mich verarschen Oh, schert mich voll an den Eiern Aber sehr coole Hairline hier oben Das sieht aus wie das McDonald's M hier oben bei dir auf der Stille Ja, das ist halt so Genetik, kann man nix machen Das McDonald's M Hallihallöchen Hi Schmeckt der Stift? Mh, was für ein Geschmack? Erdbeergeschmack? Hallo Du scheinst ja gerne Sachen in den Mund zu nehmen Ja Ja Oh Oh Yeah Yeah Oh Sehr schöne Zähne Danke Bitte Dir ist schon bewusst, dass du mit dem Staubsauger den Boden saugen sollst Nicht deine Haare, ja Du musst mal dein Mikrofon dann nehmen und in den Mund reinstecken Oh Machst du doch sonst auch immer Ja, das ist schön Oh Hm Das ist ja Alles Und jetzt schluck du Luder Oh mein Gott Irgend so Oh, hör auf Mann Wollt man nicht den dann entlassen aus dem Nilpferdgehege oder so Digga, das ist aus diesem Ork Ja, wurde Wenn du jetzt noch deinen Penis aus dem Mund rausnimmst, dann verstehe ich vielleicht auch mal ein Wort Das ist ja noch trauriger als Moneyboy Er nennt sich einfach nur Paul Girls Party Obwohl, zwei Mädchen, ein Junge auf der rechten Seite, das tut mir leid Ich bin ein Schwein Dein Freund hat ja mehr Make-up drauf als du Ey Ey, was Was? Zupfst du dir die Augenbrauen? Ja Okay, alles klar Und du rasierst bestimmt noch die Arschhaare, ne? Ja Ich bin da mit deinem Arsch Oha Ich wünsche euch immer noch einen schönen Tag, ne? Und mach nicht zu lange heute Schlaf dich mal aus Den Schönheitsschlaf kannst du gebrauchen Ah, ne, war nicht eins gemeint War ein Witz Hast du dir deine Webcam in Minecraft gekraftet? Gekraftet vor allem Cocaine and Caviar Kannst dir bald nie leisten Bei dir ist es eher so Puderzucker und Salz Ach du Scheiße, was bist du denn? Aladin auf Crack oder so? Okay man Hilfe ist unterwegs Oha Das war die Zahnfee Ey, was los bei euch? Du hast ne USA-Flagge, hab ich auch Ähm, beschwörst du gerade irgendeinen Dämon? Der Kopf ist sehr, sehr breit Ich hab noch genug Platz hier drin Ich hab hier Stauraum ohne Ende Wofür machst du dich gerade fertig? Für mich? Ich bin dann in der Heimstunde bei dir Um dich, äh, ins Puff zu fahren Du warst so klein Weil was anderes von dir war so klein Oh shit Hat sie mich gedisst? Ne, das andere ist immer noch so klein Das andere ist immer noch so klein Das wächst doch nicht mehr Das ist ausgewachsen Das ist ne Fernbedienung und kein Dildo Du verwechselst da irgendwas Ey, mein, für ne Zombie-Apokalypse bist du bestens gewappnet Du hast ne Monster-Energy-Sticker Der macht dich alle platt Miese Friese Reload-Energy-Sticker Reload-Energy-Sticker Yeah, reload Slash AK, you know Zodiac Ja So fucking gangster Did you see your tits at least? What do you think? Of course not, man Of course not, nah Hahaha, was like No What machst du da? Willst du mit mir kuscheln? Soll ich herkommen, ein bisschen? Oh, ich fühle mich so gut an Mumu Das ist irgendwie eher erbärmlich No Sex Cam Nee, du bist doch beharrt Teach me your mother language Do you wanna learn some German? I can teach you some German Pipi-Kacka Repeat that Pipi-Kacka Das bedeutet, ich liebe dich. Du wärst richtig krass, wenn du den Joint mal andersrum reinstecken würdest. Ich will deine Mutter ficken. Mit welchem Penis denn? Hallo Weißkopf. Bist du ein Weißkopf-Seeadler? Der war richtig witzig, ne? Ein richtiger Schenkelklopper. Ich weiß. Man sieht ja hier viele Schwänze auf YouTube, ja? Wie dich jetzt zum Beispiel. Aber eben, ey. Der Typ. Ich hab noch nie so einen langen Penis gesehen. Der war locker 40 cm. Der war so groß wie du. Wie alt seid ihr denn? Was hältst du bei mir? 16. Fuck you. Fuck you. No. I'm 18. Muss man gleich so reagieren? Woo. It's getting hot in here. Nicht ein Foto. So, ich guck in die Kamera. Ja, ich guck in die Kamera. Dein Name ist Partner. Heißt du so? Oder heißt du Partner ist der Nachname? Der Vorname ist Liebes. Liebespartner. Agnese-Eiscreme. Gibt's doch hier im Kino. Du bist so heiß, du musst dich mit dem Eis kühlen. Oh, sch. Alles klar. Du weißt schon, dass Cola nicht gesund ist, ne? Ja. Ich hab deine Presse gebastet. Ich krieg deine Mutter an. Ja, so siehst du aus, Alter. Hast dir mal einen Arm im Sack. Ich hab mich verstanden. Ich hab dich verstanden, ja. Ich spreche Deutsch. Hockst du grad im Keller? Wie viel PS hat eine Kellertür? Fünf, weil ein Joghurt auch keine Geräten hat. Du siehst aus wie so ein Ludolfs Nachwuchs. Das ist ein Schwabo. Ich weiß nicht, wie ich spreche. Hast du keine Zähne mehr? Du redest so, als hättest du keine Zähne mehr. Sorry, ich hab... Ich hab... ... Krasser Style. Du machst wirklich ein bisschen Angst, ey. Du siehst aus, als ist eine männliche Version von Samara. Was ist das? Oh Gott. Deine Nase sieht aus wie eine Zucchini. Weißt du, so eine richtig massive Zucchini. Auf jeden Fall hält die Brille so gut, ne? Die kann so nicht runterfallen. Das ist so ganz lässig zum Beat. Ganz lässig zum Beat. Einfach nur so. Das sieht saukool aus. Das ist auch gut. Jetzt hau mal deinen Move raus. Was machst du mal so für einen Move? Ich hab keinen einzigen. Ich... Ich geh einfach nach dem Beat. Gut, damit kann ich jetzt nicht dienen. Ich hab jetzt nicht so den Hüftschwung drauf. Ja, genau. Ja, ne. Ne, ich... Ich fühl halt den Beat nicht so. Oh, Alter. Alles klar. Huh. Ne, sehr... Okay, Mädchen, das reicht. Ich wollte... Ich wollte nur einen kleinen Move sehen. Nein, das ist jetzt natürlich gleich eine private Show hier. Warum reibst du deine Brust? Produzierst du gerade Milch oder hast du Muskelkater? Nein, du bist doch doch so. Ich hab gerade kein Wort verstanden. Halt tief Luft und wiederhole deinen Satz. Alles klar. Kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich jetzt? Are you tuned in? Zoom in in this room. Assume I got new plans. Soon as I can move. I blew the spot. Boom, bam. Boondock. Dweller is a new, improved man. Two hands gripping this mic. I watch loose limbs. New trends. New likes. And Insta view grams. Who I am. Doesn't matter when I put it in the pattern of these rhymes that I rattle every 52 stamps. New trends. New trends.